Was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir gucken uns heute meine Sion-Williamson-Collection an. Das war der Wunsch vom Coach in den Kommentaren. Ich habe ja Leute, die kommentiert haben, gefragt, was ihr für eine nächste Karte aus meiner Collection sehen möchtet. Sion-Williamson. Ich hatte im letzten Video Franz Wagner. Ich habe außerdem noch Jamo Rand. Ich habe noch ein paar deutsche Spieler. Ich habe noch eine Random Collection. Schreibt mir einfach mal rein, was ihr sehen möchtet. Ich habe auch noch ein paar von Kevin Durant. Ich möchte jetzt auch eine Kevin Durant-Sammlung noch ein bisschen tiefer reingehen. Deswegen einfach mal schauen. Ansonsten bringe ich die Random immer mal wieder. Ja, paar Autogramme, paar Nummerierte. Lass uns einfach mal reingehen und schauen, was dabei ist. Let's go. Okay, es ist alles vorbereitet. Wir fangen ganz, ganz langsam mit Easy-Base-Karten an. Ich weiß, nichts Besonderes, aber hier eine seiner Williamson aus. Im Mosaics-Set. Das ist keine Rookie-Karte, sonst was. Das ist einfach eine Karte, die ich selbst gezogen habe. Dann ebenfalls selbst gezogen. So eine, auch eine ganz, ganz einfache Karte. Nichts Besonderes, nichts Nummeriertes. Wenn da irgendwas dabei ist, dann sage ich euch Bescheid. Hier einmal. Ja, Autofokus kennen wir nicht. Die nächste Karte, die ich euch zeigen möchte, ist aus der Skyview Collection. Die ist aus dem Jahr 2020, 21. Ja, die haben hier mal Silber, mal Gold. Dann gibt es Karten, die sind dann insgesamt so ein bisschen holographisch angehaucht. Das ist auch so von dieser Collection eine Base-Karte. Ich habe von dieser Collection ganz viele von den einfachen Karten, aber ich habe dieses Motiv in der Zeit gefeiert. Generell gilt, wenn ihr irgendwelche Karten seht, die euch interessieren, dann sagt einfach Bescheid. Da findet man bestimmt irgendwie einen Weg, sich zu einigen. Aber das sind jetzt hier keine große, besondere Karten. Wir steigern uns langsam. Ja, nächste Karte ist auch eine Karte, die ich mir bei Ebay dann gekauft habe, hier aus dem Elite-Set. Die sieht sehr Elite aus, aber das ist im Prinzip jetzt auch nichts Besonderes. Keine Nummerierung, keine, ja, großartige Seltenheit. Sieht einfach nur cool aus und genau deswegen habe ich sie mir auch geholt. Keine Rookie-Karte, die müsste auch aus dem, ja, 2021 sein. Kamera fokussiert leider nicht. Hat mir aber gut gefallen, deswegen habe ich mir die geholt. So, wir bewegen uns weiterhin auf Base-Niveau. Das ist aus der Flux oder Flux Collection. Keine seinen Williamson Karte, auch keine Rookie-Karte mehr. Hat mir aber auch das Design richtig gut gefallen und ich habe sie günstig bekommen. Deswegen dachte ich mir seinen Williamson. Zu dem Zeitpunkt habe ich die auch wirklich noch gesucht, die seine Williamson Karten. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Diese Karte, Complete Players von seinen Williamson, habe ich selber gezogen aus dem Dunroth Pack. Hier keine Rookie-Karte mehr, die ist dann auch schon aus 2021. Und, ja, das ist in meiner Collection gelandet, weil ich die Karte gezogen habe. Ich finde das Design an sich ganz cool. Wäre schön gewesen, wenn hier irgendwo noch ein Holo oder sowas dabei gewesen wäre. Aber, Idee ist, what it is. Als nächstes haben wir hier eine Karte aus der Will-to-Win-Collection, die ist auch aus Mosaic. Das erkennt man so ein bisschen an diesem chromigen Design von der Karte. Müsste auch 2021 sein. Ja, genau. Keine Nummerierung, kein Holo, keine Seltenheit. Aber einfach sein Williamson in dieser Collection selbst gezogen. Deswegen. In meiner Collection gefällt mir ganz gut. Ist eine schöne Karte. Und so langsam steigern wir uns so ein bisschen in den Werterkarten. Hier haben wir jetzt natürlich immer noch keine besondere Karte. Aber was besonders in dieser Karte? Rookie-Karte. Hier sieht man es. RC. Das ist eine Karte aus dem ersten Jahr von seinen Williamson. Das bedeutet, 19,20. Die Karte habe ich tatsächlich nicht selber gezogen. Die habe ich entweder irgendwo dazugesteckt bekommen oder auch selber gekauft. Yes. Diese Rookie-Karten, wenn man die sich holt, wenn man die nicht selber zieht, immer so ein bisschen... Ja. Wenn man den Spieler nicht sammelt, was jetzt bei mir dann der Fall wurde, kann man auch ein bisschen als Investment sehen jetzt bei seinem Williamson, so wie die Karriere bisher läuft, eher nicht. Dann nochmal was selbstgezogenes. Das ist dann wieder schon ein bisschen cooler. Das ist so eine Green Laser Karte aus dem Panini Dunruss Set aus 21,22. Diese Karte habe ich gezogen bei der Shop-Eröffnung von German Trading Card GmbH. Da habe ich mir eine Box gekauft und habe die vor Ort geöffnet und habe da auch ein paar nette Leute kennengelernt. Ja, keine Nummerierung. Gar nichts. Einfach Green Laser. Das ist so eine der niedrigeren... Ja, sind das Parallels? Weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls... Seien wohl liebsten dabei. Keine Rookie-Karte mehr. Dann nochmal was selbstgezogenes. Luminance hat leider so ein bisschen Biegung drin. Bei mir im Ordner drin lag da wohl scheiße. Ja, Rookie-Karte Luminance. Geiles Bild. Gibt es hier auch in verschiedenen Seltenheitsstufen, aber hier habe ich da wohl die niedrigste abgegriffen. Ist aber nicht schlimm. Dann nochmal was dazu gekauft ist. Wenn ich sage, ich kaufe dazu dann die Karten, die ich bisher mir bei Ebay irgendwie dazu gekauft habe, das sind Karten, die sind nicht teurer als 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro. Deswegen hier mitgenommen, Seien Williamson mit diesem Cracked Ice, müsste das glaube ich sein, in pink aus der Prism Collection von dem Jahr 2021-2022. Wenn man so eine Karte so günstig haben kann, in der Lage, wo ich damals war. Ich kannte mich im Hobby jetzt noch nicht so krass aus. Wenn ich jetzt demnächst in Karten investiere, dann investiere ich in wertvollere Karten. Aber hat mir gut gefallen, habe ich mitgenommen. Seien Williamson, pink Cracked Ice aus dem Prism 2021-2022. Die Karten, die jetzt noch kommen, die sind alle dazu gekauft, aber hier habe ich nochmal eine Racken-Rookie-Karte von Seien Williamson. Ich bin mir nicht sicher, ob die hier mit dem Holo dann schon irgendwie eine Stufe mehr als die Base ist. Da musste ich mich nochmal informieren. Aber die habe ich auch günstig mitgenommen, weil es eine Rookie-Karte war. Auf jeden Fall dazu geschlagen. Wie gesagt, wenn Seien Williamson eine bessere Karriere hinlegen würde, dann wäre die Karte auch ein bisschen mehr wert. Aktuell ist Seien Williamson, glaube ich, unter den Sammlern nicht so beliebt. Und dann nochmal eine Rookie-Karte. Steht jetzt zwar so nicht drauf, aber diese Arriving Now ist das Rookie-Set mit den Spielern drauf, die dieses Jahr, in dem Jahr, in die NBA dazugekommen sind. 19, 20, Panini, Premium Stux. Auch hier, die Karte ist ein bisschen shinier als andere Karten, die ich aus diesem Set kenne. Deswegen kann es sein, dass die da schon ein bisschen in Richtung Silver oder Holo geht. Aber da will ich mir nichts einreden. Ich habe die Karte in erster Linie gekauft, weil ich Seien Williamson gesammelt habe und weil das eine Karte aus dem ersten Jahr ist. Gefällt mir echt gut. Es kam auf dem Bild damals gar nicht so rüber. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich diese Karte jetzt nur in der Sammlung habe. Die drittletzte Karte, ja, die sieht spektakulär aus, ist sie aber im Prinzip nicht. Seien Williamson aus dem Select-Set müsste Jahr 2021 sein. Ist es auch. Also zweites Karrierejahr. Hat ja nur 24 Spiele in dem Jahr gemacht. Aber cooles Bild, cooler Schimmer ist aus dem Select-Set jetzt nichts Hochrangiges, aber eine coole Karte für meine Collection. So, und dann konnte ich mich nicht entscheiden, welche Karte ich euch jetzt als vorletztes und als letztes zeigen soll. Ich habe mich aber dazu entschieden, euch diese Karte hier zu zeigen. Seien Williamson Rookie-Karte ist eine... Ich weiß gar nicht, was das I ist. Das ist das Element. Anini Chronicles steht hier drauf. Das ist eine PSA 9 geratete Karte. Die habe ich mir auf Ebay aus Amerika geholt, als ich mir einmal so eine richtig dickere Amerika-Bestellung gemacht habe. Ist die mitgelandet als PSA 9. Hier Essentials. Genau, da steht es nochmal drauf. Aus dem Rookie. Ja, da stehen die Stats aus der Duke University mit hinten drauf. Ja, sehr cool. Also, was habe ich bezahlt? Ich glaube irgendwie 15, 20 Dollar. Also so viel kostet ja alleine schon das Graden in Deutschland. Deswegen dachte ich mir ja, in Anführungsstrichen, als Invest. Man merkt dann schnell, wenn man versucht, Karten zu flippen. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Die Leute, die schon länger im Hobby dabei sind. Es funktioniert mit so Low-End-Karts nicht so gut, wie man sich das vielleicht am Anfang einredet. Ich muss sie schnell lernen. Ist aber kein Problem. Ich freue mich trotzdem, dass diese Karte in meiner Collection ist. Und dann kommt jetzt die Karte, für die ich mich entschieden habe, sie als letztes zu zeigen. Und das ist eine Obsidian-Sein-Williamson-Karte. Keine Rookie-Karte. Aber guckt euch mal diesen nicen Schimmer an. Was ist besonders an dieser Karte? Die ist nummeriert auf 99. Der Fokus kriegt es nicht hin. Aber es ist eine 73 aus 99. Ja, eine nummerierte seine Olymson-Karte. Die hat mir noch in meiner Collection gefehlt. Und das habe ich mir dann mit dieser Karte auch aus Amerika bei meinem Ebay-Shop mitgenommen. Ja, das waren die Karten. Ich hoffe, dass euch nicht nur die Videos, sondern auch die Karten gefallen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas davon haben wollt, dann schreibt mich gerne an, hier bei YouTube in Kommentaren oder bei Insta, auf Twitter, wo auch immer ihr unterwegs seid. Und dann kann man mal gucken, was man macht. Die Seine-Williamson-Collection, an der hänge ich jetzt nicht so sehr. Deswegen, wenn ihr Seine-Williamson sammelt oder anfangen wollt zu sammeln, das sind super Karten zum Einsteigen. Die sind nicht zu teuer. Da kann ich euch gerne was anbieten. Ansonsten freut es mich, wenn ihr das Video schon geliked habt. Wenn nicht, dann macht das bitte gerne noch. Dauert zwei Sekunden. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. In zwei, drei, vier Wochen geht es richtig in die heiße NBA 2K-Phase. Also, falls ihr da auch interessiert seid. Ansonsten möchte ich auch mehr Trading Cards Content bringen. Vielleicht mal ein Box Break mit der Community. Falls ihr daran Interesse habt, sagt auf jeden Fall Bescheid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin das mal raus. Bye-bye.